Hallo ihr Lieben zu einer weiteren neuen Podcast-Folge eurer Gesundheitsrebellen. Hier sind wieder Raik und Marion und wir haben auch heute wieder ein sehr spannendes Thema ausgesucht, über das wir gerne sprechen wollen, nämlich es geht um das Thema der sogenannten New Age Esoterik-Falle. Aus unserer Sicht ein Thema, was sehr weit verbreitet ist und deswegen wollen wir die heutige Podcast-Folge eben diesem Thema widmen. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch einen wichtigen Hinweis geben, denn es gibt auch zu diesem Thema, was wir heute besprechen, die Esoterik, gibt es ein kostenfreies Online-Vertiefungsseminar und zwar zum Thema Der Weg zu wahrer Selbsterkenntnis. Entdecke endlich, wer du wirklich bist. Das ist ja für viele Menschen gerade in der heutigen Umbruchzeit eine große, wichtige Frage. Wenn dich das näher interessieren sollte, findest du unterhalb von diesem Video den entsprechenden Link zur Anmeldeseite und dort kannst du dich dann kostenfrei anmelden und dir das entsprechende Seminar anschauen. Aber heute wird es um die Esoterik-Falle gehen und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie wir das Thema aufbauen wollen, weil es doch komplex ist. Und deshalb haben wir uns das so gedacht, ich werde jetzt mal eine kleine Einführung machen. Erstmal das Thema, was ist überhaupt Esoterik und auch warum wenden sich heute sehr viele Menschen diesem Thema immer mehr zu? Also warum hat die Esoterik heute so einen großen Zulauf? Das hat ja Gründe. Und dann wären wir im zweiten Teil, das ist der Hauptteil letztendlich, geht es dann um wirklich diese New Age Esoterik-Falle. Und ich denke, das wird für viele hoffentlich augenöffnend sein. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es hat auch Trägerwarnung oder es ist eine Trägerwarnung dabei, weil es wird vielleicht den einen oder anderen dann schon an Dinge erinnern, die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber wer uns kennen sollte, weiß, wir wollen euch ja nicht im Regen stehen lassen, sondern wir werden ja noch einen dritten Teil über aus unserer Sicht wahrer Spiritualität sprechen, was es dafür braucht, beziehungsweise was es ist, im Gegensatz zu dieser, ich nenne es jetzt mal falschen Ego-Spiritualität. Gut, das ist sozusagen unser Programm und ich würde sagen, wir legen los. Also stellen wir uns erstmal die Frage, was ist überhaupt Esoterik? Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, um die wesentlichen Sachen hier nicht zu vergessen. Also der Begriff selber, kann man ja nachschlagen, kommt aus dem Altgriechischen, von Esoterikos. Und Esoterikos heißt im Grunde nichts anderes als nach innen gerichtet, beziehungsweise nach innerlich gerichtet oder auch verborgen. Es geht hier also um eine Art von, naja, man könnte sagen, ein Oberbegriff, der verschiedene philosophische, religiöse, aber auch spirituelle Traditionen hier quasi zusammenfasst und auch Praktiken, die der Erforschung von inneren Erfahrungen und auch einer höheren Wahrheit dienen. Das heißt, es geht hier vor allen Dingen um das Streben nach sogenannten spirituellem Wachstum. Es geht um das Erkennen einer verborgenen Wahrheit, wie auch immer diese Wahrheit sich zeigt. Es geht um den Glauben an eine höhere Kraft. Man könnte auch sagen, einen Masterplan vielleicht oder auch eine höhere Schöpferintelligenz. Und natürlich auch die Frage, hat das Leben einen tieferen, verborgenen Sinn? Es geht aber auch um Wege zur Erleuchtung. Und wenn man sich mal anschaut, woher diese entsprechenden philosophischen und traditionellen Richtungen herrühren oder herstammen, dann findet man, zumindest wenn man der heutigen offiziellen Chronologie Glauben schenken mag, hat das Ganze in Griechenland und Ägypten angefangen. Das heißt also, die antike Philosophie in Griechenland und auch die Mystik aus Ägypten kommend, aus dem Altägypten, sind sozusagen die Grundsäulen der verschiedenen esoterischen Strömungen, die wir heute haben können. Und ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt unter esoterischer Lehre zu verstehen ist, also zum Beispiel die sogenannte Hermetik nach Hermes Trismegistus oder auch die sogenannte Gnosis oder der Gnosticismus, die Theosophie nach Helena Blavatsky, aber auch Okkultismus, Alchemie, Kabbalah, Anthroposophie nach Rudolf Steiner, das sind alles so Richtungen, genauso auch der Schamanismus, die Magie, aber auch verschiedene Formen von Geistheilung und Energieheilung. Da kann man alles mehr oder weniger zu diesen inneren Lehren zusammenfassen. Und die Frage, die wir uns natürlich auch stellen sollten, ist, warum haben gerade diese traditionellen Lehren in der heutigen Zeit so einen großen Zulauf, allen voran in der westlichen Kultur? Und ich denke, dafür gibt es grob gesagt zwei wichtige Gründe. Zum einen haben wir seit über 200 Jahren, also im Grunde seit der Industrialisierung, einen Materialismus-Zeitgeist. Der versucht, alles auf materialistische Weise zu erklären. Also auch Dinge, die eigentlich nicht traditionell der Grubstofflichkeit zugeordnet sind, also wie zum Beispiel verschiedene Gefühle, verschiedene Bewusstseinszustände. Man versucht ja heute alles mit Hirnchemie zu erklären. Das heißt also, ein großes Motiv oder eine große Motivation, sich überhaupt mit sowas zu beschäftigen, mit geistigen Konzepten, ist es einfach, diesen ausufernden Materialismus zu überwinden. Das andere ist, dass natürlich auch wir hier im christlich geprägten Abendland durch die Kirche hier natürlich auch sehr stark beeinflusst wurden. Also dieser Dogmatismus der Kirche ist auch ein Grund, warum sich immer mehr Menschen natürlich auch von der Kirche abwenden. Es gibt andere Gründe, das ist klar, das ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber dass eben viele Menschen diese mangelnde Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen hier bemängeln und deswegen sich auch eben von dieser Institution abwenden und entsprechend nach alternativen Wegen suchen, um zum Beispiel für sich selber, ich sage mal, einen höheren Sinn im Leben zu erkennen, ihr Bewusstsein zu erweitern oder auch sich einfach nur aus diesen entsprechenden Fesseln der Kirche zu befreien. Das ist also auch ein wichtiger Grund. Da, wo sozusagen die Ketten immer enger werden, da entsteht natürlich auch der Impuls zur Befreiung. Und in der heutigen modernen Zeit geht es ja auch vor allen Dingen darum, gerade der ganze Persönlichkeitsentwicklungsmarkt ist ja auch so eine Triebfeder. Viele Menschen haben erkannt, sie müssen irgendwie an sich selbst arbeiten, um ihr Leben zu verbessern, zu verändern, ihr Glück zu finden. Das heißt, es geht hier vor allen Dingen auch darum, in diesen krisengeplagten Zeiten wieder Orientierung zu bekommen, Klarheit zu bekommen, einen Sinn vielleicht auch darin zu erkennen, also vielleicht im Großen wie auch im Kleinen. Also sprich, warum passiert das gerade aktuell in unserer Kultur, diese ganzen umwälzenden Veränderungen und was hat der Einzelne damit zu tun? Das heißt also, einfach wieder Klarheit, Orientierung, letztendlich Sicherheit zu bekommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Gefühl der Sicherheit im Leben wird uns gleich auch noch länger näher begleiten, dieser Punkt. Denn ein Mensch, der sich unsicher fühlt, der keine Orientierung hat, dem also die Verwurzelung fehlt, ist natürlich wie ein Blatt im Wind. Der ist im Dauerstress, der ist in der Unruhe, der kann die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern sieht sie immer durch eine, ich sage mal, eine Brille des Überlebens, eine Überlebensstrategiebrille, wenn man so möchte. Und deswegen ist auch das Thema der Esoterik und auch der Sinnsuche, hat auch ganz viel was mit Traumakompensation oder Trauma, ja, vielleicht auch Integration zu tun. Ich benutze jetzt mal diesen Begriff. Also wo es darum geht, irgendwie in dem, was einem widerfahren ist, was einem aus der Kindheit widerfahren ist, was traumatisch empfunden wurde, vielleicht darin irgendwie einen Sinn drin zu erkennen, also sich zu fragen, warum passiert mir das? Warum haben meine Eltern sich so oder so verhalten? Oder warum ist mir dies und jenes in der Schule widerfahren? Also dass man versucht, tatsächlich darin auch irgendwie einen Sinn zu ergründen, neben anderen Möglichkeiten sich damit auseinanderzusetzen. Ja, manche Menschen, die stürzen sich in die Arbeit, manche nehmen Drogen, andere wiederum spalten ihre Gefühle ab und sind dann nur noch im Kopf und rationalisieren alles. Das sind ja alles verschiedene, ich sage mal, Vermeidungsstrategien. Und die Beschäftigung mit geistigen Konzepten für jemanden, der in so einer traumatischen Situation war, kann erstmal stabilisierend wirken im ersten Schritt, dass es ihm erstmal irgendwie Halt gibt, was sicherlich auch der Hauptgrund ist, warum viele traumatisierte Menschen, und wir leben ja in so einer Zeit, ich nenne es immer der Pandemie der Normopathie, wo also sehr viele Menschen eigentlich sich selbst suchen. Sie sind ja von sich selbst entfremdet aufgrund von Trauma. Und dafür sind solche Konzepte sicherlich eine sehr gute Sache im ersten Moment. Das Dilemma, was sich dann aber leider einstellt, und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen, ist ja dann eine gewisse, wir sagen dazu Esoterik-Falle oder New-Age-Esoterik-Falle, die nämlich langfristig gesehen demjenigen überhaupt nicht weiterhilft, wenn er schwerst traumatisiert ist, sondern eher so das Gegenteil, das Trauma eigentlich weiter am Laufen lässt oder schlimmer noch, die Situation ständig retraumatisiert. Und damit wären wir im Prinzip schon mitten im Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich die New-Age-Esoterik-Falle. Und vielleicht magst du, Marion, erst mal so ein bisschen deine Sichtweise auf das Thema hier erläutern. Und daraus wird sich, glaube ich, jetzt der Rest ergeben, wie wir das dann uns sozusagen gegenseitig zuspielen. Also das Thema, ich hoffe, das Thema ist klar geworden, es betrifft letztendlich, eigentlich uns alle. Weil Menschen, die sich der Esoterik zuwenden, haben ja auch Angehörige, die vielleicht gar nichts mit der Esoterik am Hut haben. Aber die haben vielleicht einen Menschen da in ihrem Familienkreis und Freundeskreis, der vielleicht in dieser aus unserer Sicht falsch verstandenen Esoterik abgedriftet ist und so ein bisschen den Realitätsbezug verloren hat. Deswegen hat es schon auch eine gesamtgesellschaftliche Relevanz. Absolut. Gut, also da könnte ich schon direkt einsteigen, in was ist denn so aus meiner Sicht die Hauptfalle. Aber das tue ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt erst mal sagen, eben ich bin wieder so froh und dankbar, dass wir heute über so ein wichtiges Thema überhaupt sprechen dürfen. Ich möchte auch jeden Zuhörer, Zuschauer einladen, wirklich versucht, dran zu bleiben, weil das ist ein richtiges Minenfeld. Das ist einfach ein Minenfeld. Und das ist schon darin begründet, weil wir alle mit so vielen Verletzungen, die uns aber nicht bewusst sind, herumlaufen. Denn als du das auch mit den Religionen gesagt hast, also dass das ja ein Grund ist, warum sich viele Menschen aktuell und auch früher schon der Esoterik überhaupt zugewandt haben, muss ich sagen, möchte ich ergänzen, dass ja allein dieses Schuld, Sühne, Strafkonzept, also was uns durch Religion, also das ist ja eigentlich auch eins der Systeme, wie sie uns klein halten und wie sie verhindern, dass wir in unsere wahre Größe kommen und uns ausdehnen, ja, dass das so auch eine der Hauptfallen ist am Ende. Nämlich, einerseits treibt die Religion die Menschen von sich weg, andererseits treibt sie genau mit diesem Konzept dann wieder in die Esoterikfalle rein. Also, weil auch da wieder eine Weg-von-Bewegung stattfindet, zu, also eine, und eine hin zu, ja, auch wieder etwas im Außen. Und am Ende, am Ende dreht sich ja doch wieder alles darum, den echten Kontakt zu uns selbst und unserer göttlichen Essenz und Schöpferkraft zu vermeiden, denn ein Wesen, was sich also in diesen Körper reinquetscht und sich so sehr komprimieren muss, was da mit sich und der göttlichen Kraft in Kontakt ist und mit den Fähigkeiten, die wir eigentlich wirklich haben, ist nicht manipulier- und steuerbar. Es ist nicht möglich, wenn du, lieber Zuschauer, mit dir wirklich in Kontakt bist und wie Reik das ja auch in etlichen Interviews und Videos toll ausgeführt hat, fähig bist, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, dann kann dich keiner mehr steuern. Und wenn, dann hast du auch den Mut, deine, und das ist auch eigentlich dann schon die Lösung, in deine absolute Wahrhaftigkeit zu kommen, weil die ist 100% individuell, was aber auch da wieder Reik, großes Lob, immer du toll erklärst in deinen, wenn es um Bindungs, Bindung und Schule geht, ja, dass dieses System der Gleichmacherei, wo wir alle gleich gemacht werden, von klein auf, und ich weiß nicht vor wie vielen Jahrhunderten das begonnen hat, wirklich, es spielt auch keine Rolle, aber das verhindert Wahrhaftigkeit, weil dann versuchst du dich irgendwie anzupassen an dieses System, in das du gepresst wurdest, unbewusst und unschuldig, wir sind immer Täter und Opfer, nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, mal Täter, mal sind wir Opfer, für die, die jetzt aufschreien, aber so ist es, und das zu akzeptieren, und diese Gleichmacherei, die da stattgefunden hat, in Kindergärten, Schulen etc., im System, hat dazu geführt, aus meiner Erfahrung, beziehungsweise meiner Meinung nach, dass wir uns verloren haben, und versuchen, uns anzupassen, anstatt zu gucken, was ist denn für mich stimmig, und da auch nochmal meine herzliche Einladung, nimm bitte nur das heute, aus dem Gespräch, was für dich stimmig ist, und förderlich, schau mal, prüf mal, ob dein Körper dir signalisiert, Weite, fühlt sich wohlbefinden, fühlt sich gut an, oder ob es eng wird, unangenehm, oder ob Wut hochkommt, das alles sind Signalgeber, wo du spüren kannst, was deine Wahrheit ist, und auch das als aktuellen Zustand zu bewerten, denn deine Wahrheit kann morgen eine ganz andere sein, dann hast du wieder eine Information bekommen, eine Informationsmedizin, die dir geholfen hat, etwas zu verstehen, das ist ja auch unser Ansinnen heute, jedem, auch uns selbst, immer weiter zu helfen, die Dinge besser zu verstehen, aber nicht mit dem Verstand, sondern viel tiefer liegend, oder auf höheren Ebenen, wie auch immer man das jetzt sieht, und dann eine neue Entscheidung treffen zu können, also, weil das Bild der Religion, von einem strafenden Gott, und Schuld, Sühne, und du hast was auf dich geladen, und das muss erst mal ausgegeben, das ist hochgradig, explosiv, und, und, und das wollte ich da ergänzen, deswegen, ich bin so dankbar, dass wir da heute drüber sprechen, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass danach, möglichst viele Menschen aufatmen, und, wenn sie das, in das Gespräch, bis zum Ende anschauen, weil wir ja immer auch zwischendurch Lösungen, Lösungen anbieten, und, 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 was du ausprobieren kannst, was dir weiterhelfen könnte, besser in die Annahme zu kommen, ja, dann, jetzt habe ich den Faden verloren, siehste, lustig, genau, ich wollte einladen, einfach dran zu bleiben, ja, und, und, dass wir das, die Absicht haben, genau, dass sich möglichst so viele Menschen, wie, wie irgend möglich danach besser fühlen, und die Dinge klarer für sich einordnen können, genau, das wollte ich sagen, das ist mir ganz wichtig, vorauszuschicken, und nochmal, Trägerwarnung, es ist ein Minenfeld, und wir haben nicht den Anspruch, dass das jetzt die absolute Wahrheit ist, sondern es sind einfach unsere Eindrücke, und, in der besten Absicht, aber, da die Botschaft immer der Empfänger bestimmt, haben wir keinen Einfluss darauf, was jetzt für dich stimmig ist, und was nicht, ja. Gut, dann lass uns mal jetzt, diese, diese Esoterikfalle mal ganz klar rausarbeiten, damit jeder nachvollziehen kann, was wir meinen, was aus unserer Sicht die Falle ist, und wenn man sie dann auch klar benennen kann, dann ist es, denke ich, auch einfacher, sich da wieder selber raus zu manövrieren, weil wenn man sie nicht kennt, ja klar, dann ist man halt im Dunkeln, ne. Also was würdest du sagen, wenn du es jetzt mal so auf einen Satz, oder auf einen Kerngedanken runterbrichst, den wir dann ein bisschen ausführen, was ist aus deiner Sicht diese New Age Esoterikfalle? Die Hauptfalle ist meines Erachtens all diese Gurus und Konzepte im Außen, weil das ist die Trennung, das ist die Trennung von der göttlichen, Urquelle, die Bezeichnung ist ja egal. Es geht darum, dass wenn du den Kontakt zu dir selbst und die Anbindung an das, an die göttliche Intelligenz, die universelle, verlierst, weil du in deinen Traumata verharrst, die dir aber nicht bewusst sind, also dieses unsichtbare Gefängnis, dann suchst du aufgrund dieser kindlichen Haltung von meiner Eltern, die wissen das besser, an dem muss sich ein Kind orientieren, ob die jetzt gut sind oder nicht, spielt keine Rolle. Das wird dann fortgesetzt. Ja, und da ist das schon mal gut gelungen, da für Traumatisierung zu sorgen, sodass wir ständig in einer Art Überlebensmodus gehalten werden, ja, durch das System. Da haben wir ja schon einiges zu erklärt. Und dann passiert einfach Folgendes, anstatt dich mit dir selbst zu verbinden und dich auf dich selbst zu besinnen, suchst du Hilfe immer außerhalb von dir. Und das hat mit Meditation gar nichts zu tun. Ja, also wer meditiert, flüchtet sich ins Außen. Das ist ja auch dieses Spiritual Bypassing. Ja, das ist im Prinzip eine Trauma-Überlebensreaktion, wo sich Menschen mit ihren Verletzungen einfach ins Außen, in die geistige Welt flüchten, weil da ist alles schön und ruhig und in Frieden. Dann ist die Meditation vorbei. Sie machen die Augen auf und dann läuft der Krieg zu Hause weiter fort. Und die Ursache ist ungelöst. Und die Ursache liegt im, ich wiederhole das nochmal, mangelnden Kontakt zu dir selbst, der göttlichen Essenz, also der geistigen Ebene. Der Quelle, ja. Ja, der Quelle und auch der mangelnde Kontakt dann zu anderen Menschen. Ja, also im Prinzip diese drei Beziehungsebenen. Also wie ich es ja selber mal definiert hatte, Gesundheit, Qualität deiner Beziehungen auf drei Ebenen, also Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu deinen Mitmenschen, Mitgeschöpfe und Beziehung zum Allschöpfer. Das heißt also, auf all diesen drei Ebenen herrscht so eine Art Bruch oder eine Trennung oder eine empfundene Trennung. Und diese empfundene Trennung muss jetzt irgendwie kompensiert werden, weil wir sind immer Bindungswesen, was unsere Biologie und unsere Natur ausmacht. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Lücke quasi schließen? Das ist ja eine Bindungslücke. Und daraus entstehen jetzt ganz verschiedene Wege, Strategien. Wir reden ja heute über diese geistigen Konzepte. die jetzt versuchen, diese Lücke zu schließen, die sozusagen diese Lücke aufzufüllen. Und die Frage ist halt, ob das wirklich dauerhaft funktioniert oder ob das nur eine Notlösung ist für einen bestimmten Moment, um sich zu stabilisieren oder ob es dann eben langfristig auch tatsächlich die tiefe Befriedigung, was das Bindungsbedürfnis anbelangt, auch wirklich bringt oder eben uns weiter suchen lässt, quasi weiter hinter der Möhre hinterher rennen lässt, die wir zwar kurz davor sind zu greifen, aber dann letztendlich doch nicht greifen können. Aus Sicht des kindlichen Bewusstseins ist das ja auch alles so verstehbar. Deswegen, das ist ein Triggerthema. Und gleichzeitig immer wieder die Einladung, vergib dir gerade selbst. Du hast es immer so gut gemacht, wie du konntest. Und jedem passiert das. Und auch jeder Meister, der schon eine andere Bewusstseinsstufe hat, kämpft trotzdem mit diesen einfach auch menschlichen Schwächen, nenne ich es jetzt mal. Und dieses kindliche Wunschdenken, die Regierung, der Guru, der Meister, der weiß jetzt, was richtig ist. Oder auch in den Kommentaren, den Reich setzen wir jetzt mal als Gesundheitsminister ein und was auch immer. All das, ich verstehe es so gut, es ist so verstehbar, aber es führt zur Abgabe der Eigenverantwortung. Weil bitte, mache dir bewusst, die Lösung liegt bereits vor dir, auf dem Silbertablett, nämlich in dir. Bereits dein Sein, einfach dein Sein, wenn du im Kontakt mit dir bist und der echte Kontakt mit dir selbst, wozu übrigens die ganze Klaviatur an Seinszuständen und Gefühlen dazugehört. Nicht Scham ist schlecht und Erleuchtung ist toll. Stichwort Hawkins-Skala. Da wollten wir auch noch mal was zu machen. Nein, all das bist du. Und der eine hat das mehr ausgeprägt, der andere das. Und da geht es um diese Übernahme der Verantwortung, also Verantwortung. Sprich, wie antwortest du darauf, was du jetzt gerade in dir wahrnimmst? Und esoterische Konzepte und Methoden, bevor wir jetzt auch konkret zu den Fallen kommen, können den Menschen ja in dieser, in so einer kindlichen, schicksalhaften Ergebung, in so einer passiven Haltung, gefangen halten, zum Beispiel Tarotkarten, Horoskope, Readings, Geisteiler, du machst das mal bitte. Das kann, und auch hier wieder, nicht absolut sehen, kann potenziell gefährlich sein. Manchmal auch sehr hilfreich, kann aber sehr gefährlich sein. Und ich möchte einige Gründe kurz aufzählen, warum ich das so sehe. Ich, Marion. Erstens, es kommt zur Abgabe der Verantwortung. Das Schicksal ist bereits vorherbestimmt und ich habe keinen Einfluss darauf, meine Zukunft aktiv zu gestalten. Zweitens, ganz wichtige Fähigkeiten, die du ja auch immer in deinen Vorträgen betonst, dieses eigenständige, freie Denken. Also auch hier, großer Unterschied, Todesdenken, ich halte mich an Konzepte, ich weiß schon alles, versus freies Denken, eigenständig Denken. Ich befreie mich mal von all diesen Konzepten und denke konzeptuell und verknüpfe horizontal und vertikal. Intuition, Informationsbeschaffung, wo suche ich meine, wo recherchiere ich und auch die Fähigkeit, das dann einordnen zu können, unterscheiden zu können, war falsch, könnte sein, oh nee, fühlt sich überhaupt nicht stimmig an, werden in ihrer, all diese Fähigkeiten werden komplett oder zumindest stark in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Und das wird ja in der Schule schon gefördert. Hast du ja auch wunderbar, oft genug erklärt. Dann, die Gefühle von Entscheidungsfähigkeit, Ich-Stärke, Selbstwirksamkeit können untergraben werden. Und jetzt gerade hier Menschen mit Traumata, die ja sowieso schon mit Schuld, Ohnmacht, Hilflosigkeit und so weiter, Mangel an Selbstwirksamkeitsgefühl zu kämpfen haben, die vernachlässigen jetzt ausgerechnet auch noch ihre Fähigkeit zur Problemlösung, dieses Proaktive, zum eigenen aktiven Handeln und das Gefühl von Kontrollverlust über das eigene Leben, Angst, passives Warten, ausgeliefert sein, wird verstärkt. So. Dann kann es noch zur Entwicklung von fatalistischen Denkmustern kommen, ganz ungut. Sieht man auch in der germanischen Heilkunde übrigens immer wieder ganz schön. Und dann führt das auch wieder so zu Kriegen, zu dagegen. So ist es und nicht anders. Also, das kann nicht gut sein, sagt mir mein Gefühl. Mein Gefühl. Weil eine, eine offene, ein offenes Gespräch, ah, interessant, wie siehst du das denn? Und aha, gar nicht mehr möglich ist. Und, auch hier wird wieder diese Gefühle von Lärmung, Resignation natürlich verstärkt, weil Menschen glauben, dass sie machtlos sind, ihr Leben zu verändern und Herausforderungen zu überwinden. Und last but not least führt das alles auch zu einer verzerrten Wahrnehmung. Ich meine, Tarotkarten, Horoskope, ob ich das in der Bild-Zeitung nehme oder von einem Profi erstellen lassen, ist schon mal ein Riesenunterschied. und Menschen können dann auch dazu neigen, diese Interpretation auf ihre eigene Situation zu projizieren. Und dann kommt es zu was ganz Fatalem. Dann wird ihre Wahrnehmung, die ja eh schon verzerrt ist durch die Traumata, dann wird die Wahrnehmung quasi ihrer Realität noch weiter verzerrt. Und im Gehirn wird das retikuläre Aktivierungssystem aktiv. Also sprich, es sucht dann auch tatsächlich nach Beweisen im Außen, dass das, was jetzt da gesagt wurde, im Horoskop oder in den Karten auch stimmt. Wenn da zum Beispiel gesagt wurde, trenne dich von deinem Partner oder Partnerin, die ist so und so, dann suchst du danach, dass es auch so ist und dass das bestätigt wird. Dieses RHS ist ja wirklich so ein Filter. Wenn du schwanger bist, siehst du nur noch Schwangere. Du bist frisch verliebt und dein Lover, der fährt roten Käfer, dann siehst du nur rote Käfer. Und wenn dann dein Tarot deinen Tod vorausgesetzt hat, dann vorausgesagt hat, dann suchst du nach Anzeichen, dass du jetzt sterben wirst, um es mal auf die Spitze zu treiben. Also Fazit, insgesamt können diese Esoterischen, können, können diese Methoden, gerade bei Menschen mit Trauma zu einer Verstärkung der Gefühle von Angst ausgeliefert sein, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Mangel an Selbstwirksamkeit verstärken und auch das eh schon verzerrte Weltbild. Die Welt ist gefährlich. Hier Sananda, der ist ja toll, aber sein Weltbild scheint wirklich von seinen Traumata, weil er ja von Dämonen tatsächlich verfolgt wurde, extrem verzerrt zu sein. Also wird dieses verzerrte Weltbild durch sowas noch tiefer eingegraben. Und damit das jetzt nicht so schwarz endet, möchte ich auch hier schon einen Lösungsvorschlag anbieten. Ich möchte einladen, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass es vielleicht auch bei der Erlösung und dem Bewusstseinsaufstieg, der ja angeblich kommen soll, da hast du ja einiges noch zu zu sagen, dass es dabei ganz arg um Entlernen geht, um Entwissen. Denn nur dann kannst du ja überhaupt wieder was empfangen. Wenn du beide Hände voll hast mit Wissen und ich weiß schon alles und ich setze dich ins Unrecht, weil ich es sowieso besser weiß, dann bist du zu. Dann kannst du mit deinen Händen nichts Neues greifen. Und ich setze das auch gleich mit, dann bist du schon tot und unlebendig, weil das ist ja das Gegenteil von freiem Denken. Das ist totes Denken. Und Millionen Menschen erlebe ich wie tot, wie ferngesteuert. Also geht es doch darum, das zu erkennen, ja, das tut weh, es tut scheißen weh und zu sagen, okay, dann wähle ich jetzt, was kann ich denn in Frage stellen? Wo kann ich mich in Fragen stellen? Wo kann ich neu lernen? Und dann auch so in diese Hingabe kommen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und wie kann ich denn in meine höchste Ausrichtung kommen, um ein Leuchtturm, ein Geschenk für die Welt zu sein und nicht, Entschuldigung, Kotzbrocken, der mit seiner schlechten Laune, mit seinem Gemotze und einfach seinen schlechten Gefühlen alles auch da unten hält. Und das ist nicht einfach, aber möglich. Ja, also was du jetzt gerade so gesagt hast, ich würde das gerne nochmal so ein bisschen in einen anderen Rahmen kleiden, damit es auch für die Zuhörer nochmal so, wie sage ich mal, so eine Essenz daraus kommt. Ich hatte es, glaube ich, am Anfang kurz gesagt, echte Spiritualität und die falsche Ego-Spiritualität, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wir haben ja jetzt davon gesprochen oder du hast ja gerade die Ausführungen ja gemacht. Traumatisierte Menschen haben eine verzerrte Wahrnehmung aufgrund, ich sage mal, dieses, ich sage es mal ganz biologisch, dieses dysregulierten Nervensystems, was sich sozusagen immer noch in so einer Art Überlebensmodus befindet. Und das beeinträchtigt natürlich auch die Art, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir die Welt wahrnehmen. Das heißt, die Wahrnehmungsbrille wird ganz stark von unserem Inneren beeinflusst. Also dieses dysregulierte, dieses aus der Kindheit meistens ja, dieser Zustand, wo wir also uns im Grunde immer noch in so einem Alarmzustand befinden. Und da gibt es ja verschiedene Arten, wie das Nervensystem, wie sich jetzt an diese überfordernden, traumatischen Situationen anpassen kann. Aber diese Alarmreaktion ist ja quasi immer noch im System vorhanden. Und wir wissen ja aus der moderneren neurobiologischen Forschung, dass eben das Nervensystem nicht nur von oben nach unten, sage ich mal, arbeitet. Also sprich, wir denken irgendwas und dann führt der Körper irgendwas aus, sondern auch das Nervensystem empfindet ja auch etwas, nimmt etwas wahr und bringt diese Signale nach oben und sorgt dann dafür, dass wir entsprechend auch so denken, was du ja auch gerade mit diesem ERS, mit diesem retikulären Aktivierungssystem besprochen hast. Und das ist ja dann sozusagen, plötzlich sehen wir die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind in dem Moment, in diesem alarmierten Zustand. Und da würde ich jetzt gerne nochmal das Ganze ein bisschen erweitern mit dem Ego-Konzept im Sinne von, was ist überhaupt das Ego? Mal ganz vereinfacht gesagt, weil das Ego ist ja so ein Thema, worum es ja auch in diesem ganzen spirituellen Konzepten sehr viel sich dreht. Ein Minenfeld. Ein Minenfeld, natürlich, weil das Ego natürlich auch sich sehr stark an, die Eigenschaft hat, sich an Dinge, an Formen anzuhaften oder damit zu identifizieren. Also das Ego ist zumindest aus meinem Verständnis etwas, was ganz stark mit unserem Körperbewusstsein zu tun hat. Das heißt, der Zustand unseres Körpers, unseres Körpersystems, jetzt nicht zu materialistisch betrachten, also jetzt nicht nur die Struktur, sondern ich betrachte es als ein lebendiges System, was in der Lage ist, Reize zu verarbeiten und darauf entsprechend zu reagieren. Wenn dieses System in irgendeiner Art und Weise, zumindest aus Sicht des Systems bedroht wird, dann starten halt gewisse Überlebensstrategien. Und man könnte also so vereinfachtes sagen, ich will es auch so einfach runterbrechen, das Ego ist nichts anderes im Prinzip als unser Überlebensprogramm, wenn wir uns bedroht fühlen. Und das ist keine Sache, die was mit unserem bewussten Verstand zu tun hat, sondern dieses Bedrohtheitsgefühl, das kommt auf einer unterschwelligen Art und Weise an. Und immer dann, wenn wir uns also quasi in irgendeiner Art und Weise bedroht fühlen, in einer Situation ausgesetzt oder uns konfrontiert sehen, die uns beeinträchtigen könnte oder eben das Überleben irgendwie gefährden könnte, starten ganz automatisch in uns eingebaute Reaktionsmuster. Was jetzt nicht gut oder schlecht ist, es ist einfach eine Sache, wie wir überleben. Es geht ja um das Überleben. Das Problem ist nur, wenn diese Aktivierungsmuster sich nicht, wenn die Gefahr vorbei ist, wieder beruhigen, dann nehmen wir die Welt immer noch durch diese Überlebensmuster wahr, sprich Trauma-Anpassungen und betrachten die Welt dann weiterhin als bedrohlich, obwohl eigentlich gar keine wirklich reale Gefahr mehr vorhanden ist. Das heißt also, um es mal einfach zu sagen, je alarmierter oder traumatisierter unser Körpersystem ist, desto stärker ist auch das Ego in seinem Überlebensdrang ausgeprägt, umgekehrt, je entspannter unser Körpersystem ist, wozu ich eben auch unser Nervensystem zähle, unser Hormonsystem zähle und damit einhergehen natürlich auch unser Denken und Fühlen, wenn das sich entspannt gerade befindet, in einem entspannten Zustand befindet, dann sind wir auch, ich sage mal, viel dichter an dem wahren Wesenskern dran, als an diesen Überlebensprogrammen namens Ego. Das heißt, je entspannter der Körper ist, das Körpersystem, desto schwächer ist das Ego ausgeprägt. Das heißt also, jetzt Umkehrschluss, wenn wir uns unsere heutige westliche Gesellschaft anschauen, in der wir ja alle groß geworden sind und darüber wird dann gesagt, diese Gesellschaft ist sehr egolastig, wir sind sehr so eine Ellbogenmentalität, viele denken hauptsächlich nur an sich selber, dann kann man doch den Umkehrschluss ziehen, dass diese Gesellschaft offensichtlich, und das ist ja ein Fakt, sehr viele traumatische Erfahrungen gemacht haben muss, die dazu geführt haben, dass sich ganz viele Menschen immer noch in einem Überlebensmodus befinden, der nichts anderes im Schilde führt, als an das eigene Überleben zu denken. Das heißt, primär denkt man dann erstmal nur an sich, logischerweise, was jetzt nicht schlecht ist. Problem ist aber, wenn die eigentlich Gefahr schon längst vorbei ist, aber das Programm immer noch aktiv ist, sodass wir dann die Welt immer noch durch diese Bedürfnisbrille sehen, ich, 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 ich zuerst. Ja. Und jetzt kommen Leute daher, sage ich jetzt mal so, oder Konzepte, die daher und sagen, Junge, du musst dein Ego auflösen. Jetzt ist die Frage, also esoterisches Konzept, jetzt kommt das Konzept und sagt, du musst dein Ego auflösen. Oder noch besser ist, du musst deinen Eltern vergeben. Oder was dir widerfahren ist, tja, ist alles nur Karma. Hast halt im letzten Leben, hast du da richtig gewütet. Jetzt kriegst du es sozusagen doppelt und dreifach zurück. Jetzt frage ich dich, wenn man das so hört, wie wird das Ego da schreien? Das wird sagen, klar, mache ich sofort, ich löse mich jetzt hier in diesem Moment, vor euren Augen, löse ich mich auf und alles ist wieder gut. Ja. Und jetzt geht der Kampf los. Das Ego sagt sich, Moment, ich bin hier, um zu überleben. Ja. Und jetzt kommt einer daher und sagt, du musst vergeben, du musst dem Täter vergeben, du musst deinen Eltern vielleicht vergeben, du musst anerkennen, dass deine vorherigen Leben auch nicht so optimal waren und dass du vielleicht andere ins Unrecht gesetzt hast und du kriegst das jetzt halt wieder zurück. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Überlebensprogramm? Wird das Überlebensprogramm sagen, alles klar, ich schalte mich jetzt aus? Oder wird das Überlebensprogramm eher sagen, Junge, 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 jetzt erst recht. Das ist ja noch gefährlicher als gedacht. Denn jetzt wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht, indem wir in Dinge uns hineinbegeben, die es vielleicht so gar nicht gegeben hat. Ich sage jetzt nur mal ein Stichwort, False Memory Effect. Plötzlich machen wir aus der Kindheit ein einziges Höllendrama. und dann kommt noch jemand daher und sagt, ja, um das Höllendrama zu beenden, vielleicht gab es das ja gar nicht, aber das wird dann so, vielleicht wenn man da ein bisschen rumwühlt oder mit Reinkarnationen in andere Leben guckt und was man da alles schon für Morde und für schlimme Sachen gemacht hat und dann sagt man plötzlich, ja, du musst das einfach alles nur loslassen. Du musst dich vom Ego lösen. Du musst dich sozusagen mit deinem höheren Selbst verbinden. Das ist doch auf gut Deutsch ein Schlag ins Gesicht, wenn man sowas hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja auch mit diesen ganzen Dingen viel beschäftigt, deswegen können wir auch heute darüber reden. Ich konnte damit nie so richtig was anfangen, weil irgendetwas in mir war immer und meinte so, irgendwas stimmt hier nicht, das kann nicht sein. Wenn es so einfach wäre, wenn man das mal so eben wegmeditiert oder so ausschwitzt, sage ich jetzt mal so, so ganz vereinfacht, dann könnte das ja jeder. Aber die Menschen, die sich ganz viel damit beschäftigen, die ganz viel meditieren, Yoga machen, jetzt nicht falsch verstehen, dass das jetzt irgendwie schlecht ist. Es kann jetzt wieder Trigger, deswegen Triggerwarnung, es geht nicht darum zu sagen, diese Methoden seien schlecht. Es geht nur darum, wer macht diese Methoden und in welchem Ausgangszustand befindet sich derjenige. Und wenn der eine sehr, ich sage mal, traumatische Kindheit hatte oder anderweitig traumatisiert wurde, dann kann es ungünstig sein mit solchen Methoden, denn diese Methoden können dazu führen, langfristig gesehen, dass der echte Kontakt, wie du es ja gesagt hast, nicht stattfinden kann. Das heißt, der echte Kontakt, der echte biologische Kontakt. Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, Traumata entstehen immer im Kontext von Beziehungen und können auch deshalb nur im Kontext von echten Beziehungen in die Heilung geführt werden. Wenn ich jetzt aber mir eine Ersatzbeziehung im Geistigen aufbaue, indem ich mich mit höheren geistigen Wesen, Engelwesen, was auch immer, verbinde und baue mir sozusagen eine Art von geistiges Ersatz gegenüber auf, dann mache ich mir etwas vor, weil meine Biologie etwas anderes verlangt. Und das ist das Dilemma des Menschen. Der Mensch ist halt ein komplexes Wesen. Wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht nur Geist, wir sind sozusagen eine gute Mischung aus allem. Und wenn wir jetzt aber eine körperliche Problematik rein geistig versuchen zu lösen, man spricht ja auch dann von einer sogenannten Top-Down-Regulation oder Einflussnahme, dann wird das nur sehr bedingt funktionieren, weil die Lösung für ein biologisches Dilemma auch eine biologische Lösung erfordert. Nämlich in diesem Fall jetzt zum Beispiel der echte Kontakt zu einem echten Menschen, dem man tatsächlich dann auch mal vertrauen kann. Es muss ja nicht derjenige sein, mit dem man das Trauma erlebt hat, wenn das nicht mehr möglich ist. Es kann ja auch Teil jetzt schon der Lösung sein, Menschen dann in Kontakt zu treten, wo man genau dieses Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit, des Schutzes, der Vertrautheit dann erleben darf, um eine neue Erfahrung zu machen, die dem System sagt, die Kindheit oder das, was da geschehen ist, ist jetzt vorbei. Du bist jetzt wieder hier in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und das meine ich halt, dieses Ego-Bewusstsein ist ganz eng an diese Überlebensfunktionen unseres Körpersystems gekoppelt. Das heißt, je mehr wir uns im inneren Ausnahmezustand befinden, desto stärker ist das Ego natürlich auch aktiv. Umgekehrt, wenn du wirklich tief in deiner Entspannung bist, also ich habe das schon, sage ich mal, mehrfach erlebt, in solchen Samadhi-Schwebebädern, in solchen Solebädern, da bist du dann wirklich reines Sein, da nimmst du auch nicht mal deinen Körper richtig wahr. Du bist dann wirklich tief entspannt, dein Körper ist so tief entspannt und dann kommen auch in dein Bewusstsein andere Gedanken und Gefühle. Aber wenn dieser Körper diese Entspannung nicht hat, diese Tiefe der Entspannung und immer noch so ein Impuls in dir ist, es könnte gefährlich sein, da könnte doch was anderes dahinter stecken, also vielleicht so ein Misstrauen, was rein objektiv mit der Situation überhaupt nichts zu tun hat, dann merkst du spätestens, dass die Vergangenheit deine Gegenwart bestimmt, immer noch. Und da ist es wie gesagt dann aus meiner Sicht gefährlich, wenn man dann nicht mit echten Menschen den Kontakt hat, wobei es kann natürlich auch sinnvoll sein, erst mal sich zurückzuziehen, um sich zu stabilisieren, aber langfristig kann das nicht funktionieren. So sind wir auch nicht angelegt von unserer Biologie, dass wir nur noch irgendwo zurückgezogen im Wald leben. Brauchen wir Menschen, die es gut mit uns meinen, also diesen wohlwollenden, Kontakt oder diese wohlwollende, offene Begegnung mit Menschen, denen man vertrauen kann. Und deswegen, ich sage jetzt was ganz bewusst Provokatives und das wird jetzt auch triggern, aber ich sage es trotzdem, für mich ist deshalb die Esoterik-Szene, und ich habe die gut kennengelernt über die vielen Jahre, ein großes Auffangbecken für traumatisierte Menschen. Kann man jetzt halten wollen, was man möchte, aber wenn man die Sachen beobachtet, vor allen Dingen auch wie diese Menschen, natürlich nicht alle, mit Hilfe der Esoterik ihren Alltag versuchen zu bewältigen, dann muss ich feststellen, dass viele auch, ich sage mal so, gerade mit der Alltagsarena, so nenne ich sie, ihre Schwierigkeiten haben, klarzukommen. Das geht um ihre eigene Gesundheit, es geht um das Thema Geld, es geht um das Thema Beziehungen, also haben sie Beziehungen zu Menschen oder haben sie vielleicht hauptsächlich Beziehungen zu Tieren? Das ist ja auch, was ich nur beobachte, ich will das nicht werten, ich will da jetzt überhaupt nichts Negatives drüber sagen, ich beobachte nur, dass wir wirklich sehr viele Menschen haben, die statt Kindern haben sie Tiere, Haustiere, also die auch in einem Alter wären, wo sie Familien gründen könnten, aber sie haben Tiere. Und natürlich geben die Tiere ihnen auch ganz viel das, was sie eben vielleicht von anderen Menschen nicht bekommen haben, wo vielleicht eine große Enttäuschung da, das ist mir völlig klar. Deswegen bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach eine Sache, die ich beobachte. Vor 50 Jahren gab es sicherlich noch nicht so viele Hunde und Katzen als Haustiere. Und das sind alles so Auswirkungen von den Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, die sich dann eben auf diese Art und Weise, sage ich mal, ihren Weg suchen. Oder nennen wir es, das Trauma wird so kompensiert. Das heißt also, um das nochmal rund zu machen, diese Ego-Spiritualität, die eben, also man kann da ganz tief eintauchen und eigentlich ist man dann nur noch verwirrter, als wenn man es lässt. Weil das Ego ja die Tendenz hat, sich mit ganz viel zu identifizieren und sich an ganz viele Dinge anzuhaften. Und das können Dinge sein, die vielleicht für denjenigen nicht so gut sind, um im normalen Alltag gut zu begegnen und die Welt eben nicht als vielleicht ein Ort der Hölle zu betrachten, sondern vielleicht als einen schöneren Ort, als einen harmonischen Ort, als einen, wie soll ich sagen, göttlichen Schöpfungsgedanken, der sich hier zeigt. Deswegen, die Wahrnehmung ist natürlich sehr stark durch diese Einflüsse von Trauma verzehrt. Und trotzdem hat derjenige, der so wahrnimmt, in gewisser Weise auch Recht natürlich. Das ist ja seine Wahrnehmung. Also das ist ja Wahrnehmungspsychologie, da kann man jetzt auch ganz viel zu sagen, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht nur darum zu sagen, jeder nimmt so, wie er ist, wahr. Er nimmt nicht die Welt so wahr, wie sie ist, sondern er nimmt die Welt so wahr, wie er selbst ist. Das hat, glaube ich, Goethe mal gesagt. Und jetzt ist die Frage, was können wir machen, um uns von dieser, nennen wir es jetzt mal Ego-Falle oder Esoterik-Falle zu lösen. Wie können wir es schaffen, zu dem, was du eingangs sagtest, eine gesunde Beziehung zu uns selbst aufzubauen? Wie können wir das tun? Müssen wir da ein weiteres esoterisches Konzept jetzt zurate ziehen oder ist der Weg vielleicht viel einfacher? Lass uns jetzt mal so ein bisschen mehr über Lösungen sprechen beziehungsweise was, nennen wir es mal wahre Spiritualität in diesem Verständnis, wo wir gerade von der falschen Ego-Spiritualität gesprochen haben, ausmacht. Ja. Also was du gesagt hast, da war ja schon jetzt sehr viel drin und ich würde gerne, weil sich daraus auch so der Lösungsweg ergibt, den ich für mich erkannt habe, auf zwei, drei Punkte nochmal eingehen. Ja, sehr gerne. Das, was ich gehört habe von dir, ist ja so auf jeden Fall etwas, was ich auch so erlebe und sehe und gleichzeitig ist mir auch wichtig, nochmal eine Lanze für das Ego zu brechen, weil das Ego ist ja per se auch also es ist ja ein Konzept auch wieder ein psychologisches Konzept aber das Ego ist ja erstmal etwas, was sich entwickelt und ein Baby hat das noch nicht aufgrund der Einflüsse und Informationen, die in dieses Gefäß, ich hatte immer mal das Bild von einem leeren Glas und da kommt dann von Geburt an kommt da was rein und immer mehr und dann ist es voll und bist du das? Ja? Bist du das? So und das ist das Ego also das das ist quasi eine Struktur sind Leitplanken die uns helfen überhaupt zu lernen zu existieren dann stoßen wir an dann oh doch anders machen um uns ich sag's wieder an dieses System was ich für krank halte anzupassen und reinzupressen das dafür hilft uns das Ego ups und um und das ist auch der Lösungsweg am Ende aber der ist sau schwer der Lösungsweg ist nämlich das auszukippen und wer bin ich dann noch? Das ist dieser Desidentifikationsprozess und das war mir jetzt nochmal wichtig zum Ego zu sagen weil eben das Ego selbst ist ist einfach es entwickelt sich es ist nichts Schlechtes nichts Gutes es ist wie es ist genau und wie du sagtest ich sehe es nicht so dass das bei jedem traumatisiert ist aber bei eben vielen ist es verzerrt und und dann kommt es eben zur Entwicklung aufgrund dieser Verletzung die das Individuum der eine mehr der andere weniger entwickelt hat eben entweder zu stolzbasierten Identifikationen also ich brauche niemanden ich komme auch alleine klar oder ich bin der tolle Geschäftsmann ich habe genug Geld ich kann mir die Frauen kaufen ich kann mir alles kaufen oder es kommt zu schambasierten Identifikationen ich bin weniger wert als ein Staubkorn ich habe keine Daseinsberechtigung und ich bin nicht würdig zu empfangen und diese Identifikation diese toxische Scham ist natürlich viel viel Schmerz erzeugt viel mehr Schmerz und Leid und ist damit auch ein Motor weg davon zu kommen ja und als jetzt diese stolzbasierten Identifikation also die die erfolgreichen Menschen da draußen gut aussehen viel Geld habend erfolgreich die würden mit dem was da drunter liegt an Schmerz und dass sie eigentlich alles nur tun um irgendwie diese Leistung zu vollbringen und Liebe zu kriegen um gesehen zu werden da würden die das würden die gar nicht merken die gucken sich auch den Podcast hier wahrscheinlich überhaupt nicht an und da ist also schon mal ein riesen Unterschied und das ist die Leistung des Egos damit das selbst erstmal überhaupt überleben kann also dieser wahre Wesenskern ansonsten würde sich das Kind das Leben nehmen oder es würde sterben da gibt es ja diese diese grausamen Studien ja also Babys die materiell alles gekriegt haben aber eben keine keine Bindung keine Liebe keine Anerkennung gar nichts keine Wärme und die sind dann gestorben und diese unethischen Experimente sind gemacht worden und dann ist es doch eine tolle Leistung des Egos und damit kommt schon mal Teil 1 der Lösung dieses wow anzuerkennen anstatt das Ego jetzt töten zu wollen was da mit dir geschehen ist und was für eine Leistung dass du bis heute also bis hierher gekommen bist hier gerade zuhörst da kannst du dir musst du nicht mal anerkennend auf die Schulter klopfen und anstatt schon wieder das Ego zu verdammen diese Trennung immer diese wir sind müssen immer allem eine Bewertung geben das ist jetzt gut das ist schlecht das ist toll das ist nicht toll und das ist erstrebenswert das nicht dass der nächste Lösungsstritt einfach mal annehmen was ist das ist aha das kann ich gerade beobachten der Kopf denkt und da ist ein Gefühl von ah so ist das ja okay und wenn man mal ja sagt laut und übt dann hat das Ähnlichkeit mit dem Ohm das ist dann wieder der nächste Tipp zur Lösungstipp Frequenzen alles ist Frequenz und Energie also glaube ich jedenfalls ich glaube das muss nicht jeder teilen und wenn ich ja sage und hat das laut Wissenschaft einen positiven Effekt auf meine Gesundheit und auf die Beruhigung des Nervensystems so wenn ich jetzt aber ja nur immer und damit komme ich zur nächsten Lösung damit beschäftigt bin Vargus Übungen zu machen Übungen zur Regulation des Nervensystems und jetzt ist das Konzept der Polyvagal Theorie ja das alles ist ja schön es hilft auch wieder hier dem Ego Dinge besser einordnen zu können aber am Ende hilft das nicht die Ursache zu transformieren es es erklärt uns die Dinge und das kann hilfreich sein Informationsmedizin wenn ich den Bausteine ah jetzt verstehe ich ich habe ja mal gesagt der Hauptschritt auf dem Weg der Heilung ist du kriegst einen Kontext der Kontext ist das wichtigste ah ich leide unter Bindungs- und Entwicklungstrauma ich bin gar nicht komisch und krank sondern das System ist krank jetzt schnall ich es und das war ja auch ein Game Changer in meinem Leben als ich gecheckt habe ach so es liegt nicht also an mir liegt natürlich auch was klar das ist sonst wieder die nächste Falle nur die nein es geht jetzt nur darum zu verstehen ach ich bin gar nicht so schlecht und schlimm wie ich dachte wie mir vermittelt wurde das System war einfach nicht richtig für mich ich lebe hier nicht artgerecht und und was auch noch ganz wichtig ist ist der nächste Lösungsschritt es ist da führt kein Weg dran vorbei dass du lernst einen Abstand herzustellen zwischen dir also du bist identifiziert mit allem mit deinem Körper mit deinen Gedanken mit deinen Geschichten die du dir selbst über dich und das Leben und die Welt und andere Menschen erzählst und dann setzt du die anderen ins Unrecht und du weißt es besser und du hast wieder Gründe um dich vor dir selbst zu rechtfertigen um den ganzen dieses Gequassel diesen Lärm beobachten zu können brauchst du Übung und dafür ist Meditation super dich hinzusetzen und zu merken boah da ist ja echt laut und da sind lauter Gedanken und dann erzeugt das Gefühle ach das ist interessant ein Traumatisierter hat ja teilweise gar keinen Zugang zu seinem Körper deswegen auch hier wieder Vorsicht Meditation ist per se nicht für jeden geeignet du musst genau gucken mit wem hast du es hier zu tun also in meiner Arbeit da kann ich nicht mit jedem schließ mal die Augen und um das geht nicht ich muss hier genau achten und erfassen mit wem mit welchem System habe ich es hier zu tun mit welchem Nervensystem und was also hilfreich sein kann ist setz dich mal mit offenen Augen hin oder mit geschlossenen und spür mal wonach dir ist willst du aufstehen dann steh auf willst du im Schneidersitz sitzen dann sitze im Schneidersitz willst du dich hinlegen dann tu das aber es geht darum dass du lernst ah der Kopf denkt also da sind Gedanken von im Körper also der Körper zeigt die und die Sensation da ist Anspannung da ist Schmerz da ist da ist im Finger ist kein Schmerz zum Beispiel die Hände sind warm die Füße sind kalt und dann passiert folgendes du kriegst immer mehr Abstand und merkst also wer beobachtet denn das jetzt gerade und wer bin ich eigentlich noch wenn ich nicht mehr alles tue um Leistung zu erbringen ah interessant es fällt mir schwer unproduktiv auf dem Sofa zu sitzen das ist ja spannend also ich werde der Beobachter und das geht nicht von heute auf morgen das ist eine Fähigkeit ja eine Fähigkeit die du lernen kannst aber nicht von dreimal meditieren das kommt nicht so schnell und diesen Weg sind schon mal viele nicht bereit zu gehen auch hier wieder Triggerwarnung es ist aber so ich erlebe das so oft dass Menschen haben irgendwie Jahre gebraucht um lesen und sprechen zu lernen aber meditieren das klappt nicht also viermal probiert klappt nicht neurogenes Zittern eine Woche gemacht ein Monat klappt nicht ja also so wird das nichts ich meine du bist 30 oder 20 Jahre je nachdem wie alt du bist wie lange du auf diesem Planeten bist wie viele Stunden du auf diesem Planeten bist getrainiert in dem alten Programm zu sein also wirst du nicht ad hoc in vier Monaten ein neues entwickeln und das tut mir leid da bin ich gerne Überbringerin der schlechten Nachrichten sage ich ja immer und ich finde ich finde diese ESO-Falle niemand außer dir selbst ist für deine Gefühle verantwortlich und wie innen so im Außen du begegnest im Außen immer nur dir selbst finde ich finde ich einen Schlag ins Gesicht und allen die hier zuhören die das erlebt haben möchte ich sagen vergebt euch das es ist ein Konzept denn du bist nicht verantwortlich für deine Gefühle im ersten Schritt du warst mal dieses Baby und da ist mir egal wer hier an Karma und die Seelen haben sich das vorher ausgesucht glaubt ich erinnere mich nicht daran und für mich ist das nicht hilfreich und es hilft mir nicht mich zu verändern wenn ich daran glaube dass ich mir das hier ausgesucht habe mir hilft es zu wissen dann wähle doch neu okay ich habe mir das ausgesucht also so viel Schmerz nee danke ist mir viel zu viel Schmerz ich darf jetzt Freude und Leichtigkeit erfahren und ich wähle jetzt mit Freude und Leichtigkeit zu reifen zu wachsen und eine höhere Bewusstseinsstufe zu erlangen ich wähle das jetzt neu scheinbar habe ich da mich verwählt und und dazu möchte ich dich auch einladen also wann immer du Erfahrungen im Außen machst was mit dir geschieht ja wenn das an dir liegt dann bist du ja immer schuld dann hast du es nicht geblickt und hast versagt hilft dir das jetzt weiter ist das motivierend nein dann lass doch bitte von diesem Konzept los ja dir begegnen böse Politiker und Regierungen in deinem Land und du bist schuld weil eben du siehst ja das was du bist im Innen begegnet dir im Außen der böse Politiker der der Zwang zur Spritze und so weiter und die nee ich sehe das anders ich weiß nicht wie du das siehst aber ich sehe das anders und im ersten Augenblick bist du mal gar nicht für deine Gefühle verantwortlich weil wenn du in diesem Programm in diesem System aufgewachsen bist ja dann also ich sehe das sehr kritisch deine Gedanken und Gefühle das hast du schön erklärt vorhin entstehen ja erstmal aus deinem Körperzustand heraus ich habe jahrzehntelang unter chronischen Schmerzen gelitten das kann sich keiner vorstellen wie ich gelitten habe und hatte ich da heitere Gefühle no das ging gar nicht habe ich das Leben geliebt ich merke wie ich schon gerade wieder also wieder beruhigen habe ich das Leben lieben können nein wollte ich leben nein es war für mich Qual absolute Qual und ich habe mir hat niemand erklärt dass das der Zustand meines Körpers ist weil dein Körper dein wunderbares System das autonome Nervensystem scannt die ganze Zeit die Umwelt das macht es unbewusst weil stell dir vor du würdest das mitbekommen das wäre nicht gut also es macht die ganze Zeit unbewusst scannt es die Umwelt nach möglichen Gefahren ab ja das Reptilengehirn hat ja nur dein Überleben im Sinn das will es sichern sonst nichts ob das Leben schön ist oder nicht interessiert nicht also diesen Vorgang nennt man Neurozeption und es gibt und es gibt da die Exerozeption also es wird das Außen gescannt und die Enterozeption da wird der Körper gescannt vielleicht sitzen hier ein paar die kennen ihren Körper in und auswendig die hören die Flöhe husten und im linken Zeh im linken Teil des linken Zehs tut es jetzt piekt es gerade ja das ist eine Traumafolge ja und und weil einfach dieser Alarm Rauchmelder Thalamus und Amygdala das limbische System sind in diesem traumatisierten Zustand viel größer als bei jemandem der halbwegs gesund und unbeschadet aufgewachsen ist und wir reden ja hier immer auch hauptsächlich von Bindungs- und Entwicklungstrauma das nochmal so zur Klarstellung also alle Gedanken Gefühle Körperwahrnehmungen basieren immer erst einmal darauf wie dein Nervensystem die Umwelt wahrnimmt ja ob hier Gefahr herrscht oder eben nicht herrscht keine kannst du dich entspannen herrscht Gefahr dann steigt der Blutdruck und alles wird mobilisiert um entweder flüchten zu können dagegen ankämpfen zu können sich tot zu stellen oder ich bin ganz besonders nett der Fawn-Response Re-Kids-Effekt und ich bin überfreundlich und nett um den Täter zu beschwichtigen und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig da weil das ist eine Riesenfalle das erlebe ich so oft bei meinen Klienten ja aber ich bin doch nein bist du nicht bist du nicht und und dann das erzeugt so viel Leid und Kampf auch zwischen den Menschen also ich wenn da jemand zu dir sagt ja einfach das was in deinem Inneren ist siehst du halt im Außen das ist eine Klatsche das ist nicht hilfreich und und die Lösung ist da wirklich dieses Beobachten und also a Information ach das ist mit mir los und so funktioniert der Mechanismus bei Gesunden übrigens wie bei Trauma Menschen mit Traumata funktioniert immer dieses autonome Nervensystem was scannt und das ist auch gut so um und das Ego es dient uns indem es erstmal uns hilft uns mit irgendwas zu identifizieren uns an irgendwas zu orientieren nur und das ist dann der Königsweg dann wenn wir das erkannt haben braucht es auch den Weg zurück nämlich okay wenn das alles so ist dann führt kein Weg an daran vorbei dass ich dass den Prozess des Sterbens gehe bewusst ja also sterben meine ich dass das Ego sterben muss wieder es darf sich wieder auflösen also das ist ja dann auch laut spirituellen Lehren der Weg der Erleuchtung wobei ich den Begriff furchtbar finde da würde ich lieber mal die Hawkins Skala zeigen und zeigen was damit gemeint ist denn es geht am Ende ja darum dass du dich desidentifizierst und nicht mehr an diese Überlebensstrategien bindest Leistung Perfektionismus und so weiter und so fort sondern dass du lernst ich bin wertvoll einfach weil ich bin und das reicht und mehr nicht und ich darf mich in die Freude bringen ins Mitgefühl mit mir selbst und und wenn ich mit mir Mitgefühl habe dann kann ich auch mit anderen mit fühlender und toleranter sein und und da geht es da kann es hilfreich sein wirklich zu gucken dass du erstmal lernst dich mit allem was du bist mit deiner Scham mit deiner Schuld mit deinem Ärger mit deinem Stolz wahrzunehmen ach so ist das denn das Ego das ist wirklich schlau tut alles also wirklich alles deswegen es geht am Ende immer um die Kontakt Vermeidung es tut einfach alles dafür um das nicht spüren zu müssen diese unglaubliche chronische Ohnmacht Hilflosigkeit oder auch Scham das gilt es zu vermeiden zu verheimlichen weil das unerträglich ist oder mit diesem Kleinheitsgefühl Minderwert Unwürde fehlende Dasein damit in Kontakt zu kommen das tut richtig weh also ich persönlich verstehe Menschen die diesen Weg nicht gehen können weil das so weh tut es kann auch in Suizidalität führen wenn du wenn du nicht stark genug bist deswegen kommt auch immer alles erst dann zu dir wenn du es integriert bekommst das ist ein Schutzmechanismus das kann man nicht mit Ayahuasca und mit all diesen Abkürzungen kann man das nicht psychodelische Mittel sind jetzt in aller Munde ich halte da nichts von ich bin da ganz Gopals Meinung für Traumaheilung wer dafür Psychodelika braucht hat irgendwas nicht verstanden es geht darum aus meiner Erfahrung ich möchte es noch mal betonen und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit geht es darum es zu schaffen irgendwie mal ja zu sagen zu dem was jetzt ist befindest du dich gerade in einer schwierigen Partnerschaft in einer ungünstigen beruflichen Situation du hast kein Geld du bist krank ja so ist das ja und es fühlt sich grauenhaft an ja so fühlt sich das gerade an und ja da ist ein Gefühl von Verzweiflung ja so fühlt sich das an und ich habe den Eindruck der Kopf denkt es zerreißt ihn gleich ich kann das nicht überleben ja so ist das also in diese Akzeptanz zu kommen und Annahmen dann sind wir auf der Hawkins-Skala schon gleich wo ganz anders mit der Lebensenergie und Akzeptanz heißt ja gar nicht dass du das jetzt gut findest und heißt auch nicht dass du es gut findest dass du vergewaltigt wurdest und missbraucht sondern es heißt mit diesen Gefühlen mit diesen darunterliegenden unglaublich also teilweise unglaublich schmerzhaften Gefühlen in Kontakt zu sein um dann auch in die Lage zu kommen Mitgefühl mit dir zu haben ach deswegen bin ich so und deswegen ist es so schwer für mich jetzt verstehe ich und jetzt kann ich das fühlen mit fühlen mit Gefühlen und 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 sich dann selber mal gnädiger also mit sich selbst gnädiger zu sein und 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 also ich erzähle das jetzt extrem verkürzt das ist ein unglaublich schwieriger Prozess und und eben das Nervensystem sagt das lässt du jetzt mal schön bleiben demjenigen ehrlich zu sagen wie du dich fühlst wehe wehe weil ich könnte ja wieder bestraft und beschuldigt und angeklagt und manipuliert und und ignoriert werden und verlassen werden und das ist doch auch so es ist doch so dass Leute sich abwenden wenn du in deine Wahrhaftigkeit kommst und dann zu merken der Körper ja jetzt bringt es mich aber nicht mehr um wenn ich 20 Leute gegen mich aufgehetzt habe und verlassen werde ich kann das jetzt überleben das Kind nicht ich schon also der Erwachsene darum geht es also um das jetzt nochmal so rund zu machen echte Spiritualität ist ja im Grunde nichts anderes als bringe die Kindheit in die Heilung in die Integration ist jetzt ich will jetzt nicht auf den Worten rumreiten aber man könnte auch sagen sei mit dem was du bist in deinem Wesen deinem System im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit weil das ist ja Trauma ist ja Leben in der Vergangenheit zumindest auf Ebene des Nervensystems und das heißt echte Spiritualität stellt sich dann ein wenn wir wirklich im Hier und Jetzt sind mit unserem gesamten System ausgeglichen sind und eben nicht mögliche Gefahren durch Trigger ausgelöste ausgelöste Reaktionen in uns haben die dann ständig die Gegenwart mit den Erlebnissen aus der Vergangenheit einfärben und trüben das heißt also echte wahre Spiritualität ist ein Zustand den wahrscheinlich ganz viele Menschen gar nicht kennen weil sie ihre traumatische Kindheit noch gar nicht wirklich integriert haben sondern das irgendwo weit weg von sich geschoben haben irgendwo abgekapselt haben und dann in dem was du eben so sehr schön beschrieben hast in ihren entsprechenden Egomustern Anhaftungen Ego-Identifikationen leben und ich denke es ist klar geworden es ist ein komplexes Thema ich finde die wesentlichen Sachen konnten wir rausarbeiten aus meiner Sicht aber verzeiht uns wenn wir jetzt noch nicht alle Aspekte angesprochen haben das Thema ist wirklich komplex ja also man man muss da wirklich dazu sagen man könnte auch hier drei Stunden sitzen und hätte wahrscheinlich doch noch nicht alle Aspekte rausgearbeitet sodass sich jeder irgendwo auch wiederfinden kann aber uns geht es ja auch mehr darum dass erstmal so ein Grundverständnis dafür entsteht wie Trauma und die Folgen von Trauma uns in so vielen Lebensbereichen immer noch beeinträchtigen uns unsere Wahrnehmung und unsere Gefühlswahrnehmung verzerren damit uns eigentlich nie wirklich in der Gegenwart sein lassen sondern im Grunde immer noch ein Stück weil ich sage mal man lebt dann nicht in hier und jetzt sondern man ist immer so ein Stück verschoben so fühlt es sich dann irgendwie an ja darf ich dazu kurz noch was sagen ja gerne weil das so kostbar ist dass du das nochmal gesagt hast denn es ist tatsächlich so die die alten Verletzungen nochmal beim einen mehr beim anderen weniger darum geht es nicht halten uns in der Vergangenheit gefangen und zwingen uns unbewusst es zu reinszenieren aufgrund unserer Filter da können wir erstmal nichts für so aber wir haben einfach die Entschuldigung Arschkarte gezogen weil nur wir können uns ermächtigen und uns daraus befreien und wie geht das du hast es jetzt gerade wunderbar auf den Punkt gebracht hier und jetzt du kannst sofort nach diesem Podcast damit beginnen zu schauen dass du den Wecker stellst alle zwei Stunden was ist jetzt da in dich gehen offene geschlossene Augen ist egal Stille was ist hier und jetzt gerade da welche Gefühle Gedanken was ist jetzt in mir und ja das ist so und annehmen weil Trauma bedeutet die Vergangenheit ist in der Gegenwart aktiv und du hast dieses hier und jetzt nie und du läufst immer der Möhre hinterher entweder läufst du der Vergangenheit hinterher und versuchst diese auch noch übrigens zu ändern was ja sehr absurd es ist Wahnsinn dass du versuchst die Vergangenheit zu ändern indem du nämlich ständig sagst ich will aber nicht das was jetzt da ist diese Verweigerung den Zustand der jetzt aber da ist du hast einen Unfall gehabt deine Beine sind ab das ist grausam aber es ist wie es ist und du haderst damit das ist nichts anderes als dass du das was jetzt was da ist nicht haben willst das Leben bietet dir Vanilleeis an und du sagst nee ich will aber Schokoladeneis das ist Wahnsinn und unglaublich erschöpfend deswegen ist die Lösung im Hier und Jetzt ja ich komme nicht damit klar dass ich meine Beine verloren habe ich hasse mein Leben oder mein Kopf denkt er kann so nicht weiterleben ja und dieses annehmen was ist und ich schaffe es nicht das anzunehmen und weswegen ich dich jetzt nämlich nochmal unterbrochen habe um dann A neu zu wählen und B das Wichtigste habe ich vergessen zu sagen Gott um Hilfe zu bitten die meisten bitten Gott nicht um Hilfe erst wenn einfach alles blöd ist dann ja mach mal bitte aber damit sendest du ja einfach so einen Mangel nach oben und kriegst den auch wieder zurück deswegen klappt ja auch Manifestieren nicht worum es geht ist dir zu erlauben auch wenn du dich nicht würdig fühlst die Engel die Geist und die göttliche Quelle die Quelle dir zu helfen dich hinzugeben okay macht mit mir ich schaffe es nicht ich schaffe es nicht wirklich ich gebe mich jetzt hin und macht bitte dein Wille geschehe ich verstehe hier das Leben nicht ich kann nicht mehr im Hier und Jetzt ich rufe euch um Hilfe und dir wird Hilfe gegeben ich verspreche es ich verspreche eigentlich nie was aber das kann ich versprechen du musst es der Welt erlauben der Geistigen die stehen um dich herum und du musst dafür nicht an Engel und sowas glauben versuch es doch mal aber die Lösung der Schlüssel das hast du jetzt gerade gesagt danke nochmal ist das Hier und Jetzt was ist jetzt da ah da ist Schuld okay will ich ich kann es nicht weg haben es geht nicht ich das ist das ist das was es zu verstehen gilt was so schwer ist weil das Ego das nicht fühlen will das wollte ich noch ergänzen aber das ist die Lösung fast peinlich einfach kann ich keine teure Methode verkaufen ja aber so ist es halt Marion ich danke dir für deine Ausführungen ich habe auch selber muss ich sagen sehr viel dabei gelernt ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe es war für euch auch so lehrreich wie für mich und dass ihr dafür für euch auch etwas für euch rausnehmen konntet und uns interessieren natürlich eure Erfahrungen eure Gedanken zu diesem Thema also schreibt sie gerne in die Kommentarfunktion gebt dem Video gerne einen Daumen hoch beziehungsweise liked es und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke damit ihr auch jederzeit über neue Podcast-Folgen rechtzeitig informiert werdet weil es werden noch einige interessante Folgen kommen das kann ich euch jetzt schon sagen und ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal alles Gute für euch und tschüss